Mit ihrer Einladung legitimieren sie das Vorgehen eines Staates, der jede mögliche menschenrechtsverachtende Maßnahme anwendet, damit sein Volk ein faschistisches System akzeptiert. Ich glaube, dass Präsident Erdogan und die Türkei eine stärkere Nähe zu Deutschland und Europa brauchen. Und das ist für uns eine Chance, unsere Vorstellung für eine verbesserte Beziehung zu Türkei vorzutragen. Ich glaube, dass die Bundesregierung die Gelegenheit ergreifen wird, auch die kritischen Themen alle anzusprechen. Ich beklage, dass mindestens sieben deutsche Staatsbürger aus meiner Sicht ohne hinreichende gerichtliche Begründung im Gefängnis sitzen. Ich bin der Kürt-Li-Kürt-Hörel, die Kürt-Hörel, die Kürt-Hörel'in. Erdogan! Diktatör! Erdogan! Diktatör! Erdogan! Katilleri destekleyen Alman devletinin çocuk katillerini, vatan hainlerini destekleyip yürüyüşe çıkmaları çok hoş görülmeyen bir şey. Burada yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Memnunuz. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. O olmazsa bugün daha kötü şeyler yaşayabilirdik. İnşallah buradaki ile de güzel bir anlaşma olur da Türkiye Avrupa arasında bir sıkıntı yaşamayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türkese Staatsörü'ye mümkün. Bu türkese Staatsörü'ye mümkün. oder Vorfälle damals in den Vereinigten Staaten, wir werden dieses natürlich bei uns in unserer Einsatzplanung mit berücksichtigen. Wir sehen natürlich jetzt nächste Woche, es ist ein großes Ereignis für Berlin, dass Becep Tayyip Erdogan zu Besuch kommt, zu Besuch in Anführungsstrichen, weil wir wissen ganz genau, das ist eine Provokation, sowohl der türkischen Regierung als auch der deutschen Regierung momentan sich hier zu treffen und in Zeiten einer angeblichen Krise der Beziehungen ein Staatsbankett abzuhalten, mit militärischen Ehren eine Person zu empfangen, nämlich Erdogan, der für viele verschiedene Bedrohungsszenarien dieser Welt steht. Die wirtschaftliche als auch die politische Situation der Türkei hat nicht Deutschland verschuldet, nicht Europa, nicht mal die USA, sondern die hat ganz allein Recep Tayyip Erdogan verschuldet durch seine Politik der Isolation, durch seine Politik, die Türkei in eine Art offenes Gefängnis zu verwandeln, die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage zu stellen. Das sind die Gründe für die Krise, die die Türkei hat. Insofern liegt die Lösung der Probleme auch in der Türkei. Er muss seine Politik ändern, er muss vor allem die politischen Gefangenen freilassen, ihre Berufskollegen Journalisten, meine Berufskollegen Politiker, die Vertreter der Zivilgesellschaft. Er muss halbwegs rechtsstaatliche Strukturen in der Türkei wieder verankern. Ich bin sowohl deutsche als auch türkische Staatsbürgerin. Ich habe in Istanbul Umweltpolitik studiert und bin dann nach Berlin gekommen, weil ich sowieso keine Jobchancen in Istanbul gesehen habe, vor allem auch nicht in der Türkei, weil wenn man sich Erdogans Umweltpolitik ganz genau anguckt, dann gibt es eigentlich keine Umweltpolitik, sondern seine Strategie ist, eher Bäume abholzen und dafür Megaprojekte dorthin bauen, wie zum Beispiel die Dritte Brücke, jetzt neue Flughafen, Erdogans toller Istanbul-Kanal. Aber als ich nach langen Jahren der Türkei nach Deutschland gekommen ist, hatte ich endlich das Gefühl, dass ich meine Meinung frei äußern kann, ohne dass ich irgendwelchen Repressionen ausgesetzt bin. Und deshalb habe ich tatsächlich geschrieben Park Recep Tayyip Erdogan und dafür habe ich eine Weile später von Twitter eine Nachricht bekommen mit einem Gerichtsurteil im Anhang und Twitter hat mich freundlich gefragt, ob ich diese Nachricht runternehmen möchte. Das habe ich nicht getan. Solange ich nicht frei in die Türkei reisen kann, sehe ich auch nicht ein, warum Deutschland erlauben sollte, dass Erdogan hierhin reisen darf. Erdogan hat hier in Deutschland genau wie jeder andere Bürger und jede andere Bürgerin das Recht frei zu reden. Es gibt keine Beschränkung, wie sie normalerweise im Vorfeld von nationalen Wahlen der Fall ist. Das haben wir ja gegenwärtig in der Türkei. Deswegen ist das ein gutes Beispiel dafür, wie eben Deutschland, wie der deutsche freiheitliche Rechtsstaat funktioniert. Ich glaube, dass so etwas in der Türkei in der Form nicht möglich wäre. Und auf diesen Unterschied möchte ich auch unsere türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hinweisen, die vielleicht zu Erdogan nach Köln in die Moschee kommen, aber die wissen sollen, dass das, was Erdogan für sich hier in Deutschland in Anspruch nimmt, auch für die Bürgerinnen und Bürger in der Türkei gelten muss, wenn sie eine entsprechende Meinung öffentlich vertreten. Wir haben in Deutschland, in der Türkei ein massives Meinungsfreiheitsproblem. Insoweit ist es falsch, dass ein Antidemokrat in Deutschland seine Meinung vertreten kann und die Moscheen beeinflussen kann, die Meinungsbildung in Deutschland beeinflussen kann. Dementsprechend stellen wir uns dagegen, dass Erdogan in Deutschland auftreten und sprechen darf. Das ist es noch darauf, dass sich das Vielen Dank.